Zauber Ich bin Paulus Hochgarterer, ein österreichischer Schriftsteller und Kinderpsychiater und komme aus Wien. Und was ist der Titel des Buches, für den Sie diesen Award bekommen? Der Titel des Buches ist in Deutschland die Süße des Lebens, in Englisch die Süße des Lebens. Und was ist der Buch? Der Buch ist, auf der einen Seite eine Crime-Novelle, über ein Mörder. Und auf der anderen Seite ist es ein Buch über Kinder, über Kruelte, und über die Weise die Kinder mit diesen Dingen handeln. Und was ist der Titel des Buches? Die zweite Hälfte meiner Profession? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. In dein Buch. Wie wichtig ist der Ort, wo die Geschichte stattfindet? Der Ort ist wichtig. Der Ort ist wichtig. Das ist ein fictures, fictures town in Austria, mit über 30,000 inhabitants. Ein typischer Austrian town in den Alpen. Und wo du findest, wo du all die Charaktere findest, in großen Stadt. Wie viele Charaktere finden? Die andere Charaktere ist ein Kind, eine fünf Jahre altes Mädchen, die von einer Minute nach der anderen spricht. Und der dritte Charaktere ist Ludwig Kovács, der Polizei. Das ist die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Die fünfjährige Katharina spielt mit ihrem Großvater Mensch ärgere dich nicht. Der Großvater wird plötzlich vor das Haus gerufen und kommt nicht mehr zurück. Katharina begibt sich auf die Suche nach ihm. Sie findet ihn letztlich. Er ist tot, er liegt im Schnee mit zerschmettertem Kopf. Und Katharina spricht von diesem Augenblick an kein Wort mehr. Ja! Wenn Jesus нев Vielen Dank.